Tauche ein in die futuristische Welt von Red Rising. In einer dystopischen Gesellschaft, in der die Menschheit in 14 Kasten unterteilt ist, repräsentierst du ein einflussreiches Haus und versuchst deine Macht auszuweiten, indem du Anhänger um dich schaust. Wirst du die Ketten der Weltengesellschaft sprengen? Oder wirst du dich unter der Herrschaft der Goldenen einordnen? Finde deinen Weg in Red Rising. Ab sofort in der Spiele-Schmiede.